Hallo und herzlich willkommen einmal wieder an Bord von AIDA Nova. Heute möchte ich Ihnen zeigen, was ich hier im Sparbereich, im Body und Soul Bereich getan habe. Ich war gerade schon in der Sauna und ja, kommen Sie einfach mal mit. Wir sind jetzt hier in der Kelo-Sauna im Body und Soul und die nimmt schon richtig Form an. Die Holzteile werden gerade hier an die Wand geklebt und ich dachte einfach, die werden so hingeklebt, dass es einigermaßen schön aussieht, aber weit gefehlt. Das ist ein großes Puzzle. Jedes Teil hat hier eine Nummer und so wird das ganze Holzpuzzle zusammengesetzt von den Subkontraktoren der Firma Claves, die unsere Saunen hier momentan einbauen. Hier sind wir in der Spa-Suite von AIDA Nova. Ja, der Whirlpool und das Wasserbett, die fehlen noch, aber die Fliesen sind schon an der Wand, auf dem Boden sind auch schon Fliesen verlegt. Die werden natürlich sofort wieder abgedeckt, damit sie nicht beschädigt werden. Bis es dann fertig ist, da sind noch ein paar Dinge zu tun, aber ich freue mich schon drauf, wenn Sie einmal alle auf Landausflug sind, da werde ich mir bestimmt die Spa-Suite auch einmal gönnen. Ja, vielen Dank und ich freue mich schon auf ein nächstes Mal, Ihnen wieder ein bisschen was zu zeigen von der AIDA Nova und ich schaue jetzt mal, was es noch so zu entdecken gibt.